Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Lösung von der Abschlussprüfung 2017 B1 oder wie ich sie gerechnet hätte. Die Angaben findet ihr wie immer hinter diesem Link. Gegeben haben wir zwei Punkte, eine Parabelgleichung, wo noch zwei Unbekannte drinstecken, nämlich A und C und eine Geradengleichung. Nun sollen wir diese Parabelgleichung bestimmen. Da steht zwar das Ergebnis dran, wir sollen aber eben zeigen, dass dieses Ergebnis richtig ist. Diese beiden Punkte sollen auf der Parabel liegen, dementsprechend müssen wir im ersten Schritt diese Punkte hier einsetzen, um auf die Punkte A und C zu kommen. Also 0 ist der y-Wert, minus 3 der x-Wert. Aufpassen, dass wir den x-Wert in dem Fall in Klammern setzen, damit das Quadrat auch das Minus mitnimmt. Nicht einfach minus 3 hoch 2, das gibt einen unterschiedlichen Wert, nämlich minus 9. In dem Fall gibt es nämlich plus 9, wenn man minus 3 quattiert. Also aufpassen, dass man die x-Werte klammert im Taschenrechner bzw. dran denkt, dass das Quadrat für das Minus und das 3 gilt. So, jetzt setzen wir noch den zweiten Punkt ein, 5, 0. Das heißt auch hier 0 für y, 5 für das x. Und jetzt löse ich diese Gleichung hier nach einer Variablen auf, um sie dann später hier einzusetzen. Das ist das sogenannte Eliminationsverfahren. Wir werden gleich sehen, was es damit auf sich hat. Nun, als erstes löse ich mal die Klammern auf. Vorne bleibt 9a stehen und hinten minus 1,5. Dann habe ich das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Jetzt will ich das nach c auflösen. Ich könnte es auch nach a auflösen, wäre aber deutlich schwieriger, weil ich anschließend alles durch 9 dividieren müsste. Hier steht quasi nur ein 1er vor dem c, einmal c. Und dementsprechend ist es leichter, einfach die beiden Terme nach links zu bringen. Minus 9a plus 1,5 gibt unser c. Das Schöne daran ist, dass ich das jetzt hier drüben einsetzen kann. Also mein c ist gleich. Nicht das c hier verwenden, sondern den Wert für c, weil das das gleiche ist. Also bleibt hier hinten stehen, minus 9a plus 1,5. Dieses c wird durch dieses c ersetzt. Das ist das sogenannte Eliminationsverfahren. Dadurch fliegt eine Variable raus und ich kann die andere bestimmen. Vorne habe ich zusammengefasst, 25 mal a plus die 2,5 und hinten das c durch diese Gleichung oder diesen Term hier ersetzt. Nun heißt es einfach zusammenfassen. Rechts ergibt es 16a plus 4 und das 16a bringe ich dann auch gleich rüber. Minus 16a ist gleich 4, damit ich dann nach a auflösen kann. a ist minus 0,25, die erste Variable berechnet. Nun kann ich dieses a hier einsetzen und c berechnen. Also minus 9 mal minus 0,25. Das war gerade mein a. Das ersetze ich jetzt einfach hier. Da war ja schon eine Gleichung, wo c ist gleich dran stand. Ich hätte natürlich auch dieses c berechnen können und für a hier oben einsetzen, ist nur deutlich umständlicher. Plus die 1,5 noch und ich erhalte 3,75. Genau das, was ich ja zeigen sollte. In der Aufgabe ist es dann noch zu zeichnen. Eine Parabel und eine Geradengleichung und dann bin ich hier fertig. Bei der 1,2 steht ganz viel Text dabei. Zusammengefasst heißt es aber, wir haben zwei Punkte, nämlich die Punkte a, mehrere Punkte für den Punkt a und mehrere Punkte für den Punkt b. Alle Punkte auf der Parabel und alle Punkte auf der Geraden heißen b und alle Punkte auf der Parabel heißen a. Und nun sollen wir ein Parallelogramm zeichnen für x gleich minus 2 und x gleich 3. Das heißt, wir gehen an die Stelle x gleich minus 2 und haben dann unsere Punkte a1 und b1. Denn a1 liegt ja quasi auf der Parabel, die wir ja schon sauber gezeichnet haben und b1 auf der Geraden. Wir müssen das hier nicht extra berechnen. Das gleiche machen wir mit x gleich 3. Wir gehen an die Stelle x gleich 3. Auf der Parabel liegt der Punkt a2, auf der Geraden der Punkt b2. Nun müssen wir noch mal in den Text reinschauen. Wir sollten jetzt zu einem dritten Punkt kommen im Parallelogramm. Wir wissen laut Angabe, dass der Punkt c auch auf der Geraden liegt und immer um 2 größer ist als der Punkt b. Das heißt, ich gehe hier einfach, der x-Wert soll um 2 größer sein, 2 nach rechts von minus 2 zur 0 und zur Geraden. Das heißt, mein Punkt c1 liegt immer 2 rechts von meinem Punkt b. Auch hier, ich gehe von 3 zur 5, weil es um 2 größer ist und auf meine Gerade runter. Es waren ja zwei Bedingungen. Der x-Wert von c ist um 2 größer wie der von b, also muss ich 2 nach rechts. Und es soll auf der Geraden liegen, also muss ich zur Geraden runter. Und um dann ein Parallelogramm hinzubekommen, muss ich jetzt eigentlich nur noch Parallelen zeichnen. Da muss ich mit dem Geodreieck sauber arbeiten. Man kann sich das auch mit Vektoren denken. Und so erhalte ich meine zwei Parallelogramme a1, b1, c1, d1 und a2, b2, c2, d2. Nun kommen wir sogar schon zur Aufgabe 1, 3. Da soll man die Länge der Strecken in Abhängigkeit von der Abszisse der Punkte a berechnen. Abhängigkeit der Abszisse und so weiter. Das heißt einfach nur in Abhängigkeit von x, in Abhängigkeit von diesem x der Punkte a. Das sind zwar dieselben, aber wir sollen es von diesem abhängig berechnen. Um die Länge einer Strecke zu berechnen, müsste man eigentlich in die Formelsammlung auf Seite 42 gehen. Da kann man die Länge einer Strecke berechnen. Oder aber wir sehen in der Zeichnung einen Trick. Wir wissen nämlich, dass die beiden parallel zur y-Achse liegen, die Punkten a und b. Das heißt, wir können den oberen Wert von a minus den unteren Wert, nämlich den von b berechnen. Also die Strecke a, n, b, n ist y-Wert von a minus y-Wert von b. Das darf ich nur deswegen machen, weil sie parallel zur y-Achse liegen. Ich könnte es natürlich auch machen, wenn es parallel zur x-Achse liegen täht. Nun müssen wir eigentlich nur die y-Werte einsetzen. y, a ist der Term, y, b ist der Term. Das heißt, ich klammer das jetzt hier noch sauber. Der y-Wert von a brauche ich nicht klammern, aber den y-Wert von b, denn der soll gänzlich abgezogen werden. Minus beide, also der ganze Term. Deswegen muss ich den hinteren Bereich klammern. Ich könnte auch den vorderen Bereich klammern, nur der würde sich dann auch gleich wieder auflösen. Also aufpassen, das was man auf diese Streckenberechnung abzieht, muss geklammert werden. Das Ganze noch mit le, deswegen habe ich eckige Klammern. Nun löse ich auf, minus 0,25x² bleibt bestehen, plus 0,5x plus 0,1x gibt 0,6x, 3,75 minus minus 2 plus 2 gibt 5,75 und schon habe ich die Länge in Abhängigkeit von x. Aufpassen, das ist ja auch wieder eine quadratische Gleichung, dass man die nicht verwechselt. Die steht jetzt für die Länge a, n, b, n. Das ist nicht die Parabelgleichung hier oben oder die, die wir hier berechnet haben. Die ist zwar davon abhängig, aber es ist unterschiedlich. Das ist die Parabel, die zur Länge der Strecke gehört und das ist die Parabel, auf der die Punkte a liegen, dass man das sauber trennt. Bei der 1, 4 soll man rechnerisch überprüfen, ob es Parallelogramme gibt mit einem Flächeninhalt von 13fe. Was wir dazu brauchen, ist erstmal der Flächeninhalt des Parallelogramms. Nun, Flächeninhalt, da brauche ich nicht in die Formensammlung gucken, ist g mal h bei einem Parallelogramm, also Grundseite mal Höhe. Das einzige, was wir hier haben, ist ja die Seite a, n, b, n. Das könnten ja auch die Grundseite sein. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir auf diese Höhe h kommen. Aufpassen, nicht b, n, c, n ist diese Höhe h, sondern die senkrechte rüber. Nun, wer beim Zeichnen gut aufpasst hat, wir sind doch jedes Mal 2 nach rechts gegangen, weil der x-Wert von c2 größer ist als der x-Wert von b. Das heißt, meine Höhe ist genau 2le, zwei Längeneinheiten, in dem Fall 2 cm lang. Also reicht es auszurechnen, die Längen der Strecke a, n, b, n in Abhängigkeit von x mal 2 Grundseite mal Höhe. Und jetzt setze ich einfach diese Grundseite, die ich gerade gehabt habe, oder Grundlinie, die ich gerade berechnet habe, ein und löse auf, so dass ich den Flächeninhalt in Abhängigkeit von x rauskriege. Jetzt soll noch geprüft werden, ob es welche gibt, die 13 fe groß sind. Dazu habe ich jetzt einfach eine neue Seite leider anfangen müssen. Setze ich den Flächeninhalt, den ich gerade berechnet habe, gleich 13. Aufpassen, das ist auch eine quadratische Funktion, allerdings ist das jetzt eine für den Flächeninhalt. Wir haben jetzt also quasi eine Parabel, wo die Punkte a drauf liegen. Wir haben eine Länge, die quadratisch ist, und wir haben einen Flächeninhalt, der quadratisch ist. Den setzen wir gleich 13, und das ist eine quadratische Gleichung. Formelsammlung Seite 19 können wir mit der Mitternachtsformel lösen. Wir müssen also erst nach 0 auflösen, eine Seite, und dann das Ganze in die x12-Formel einsetzen. Hier bei der x12-Formel werden wir schnell feststellen, wenn wir das eintippen, dass da Error rauskommt. Woran liegt das? Nun, da schauen wir unter die Wurzel. 1,2 Quadrat minus 4 mal 0,5, das gibt plus 2, mal minus 1,5 gibt minus 3. Das heißt, wenn ich 2,44 minus 3 rechne, kommt was Negatives unter der Wurzel raus. Dementsprechend ist meine Diskriminante kleiner 0, und daher gibt es keine Lösungen. Man hätte das Ganze auch überprüfen können durch den Taschenrechner. Da kann man nämlich mit Math, also dem Tool, Second Function Tool, und dann, ich gebe es mal nochmal ein, Poly, zweiten Grades, kann man A, B und C Werte einsetzen. Also A ist minus 0,5, B ist 1,2 und C ist minus 1,5. Wenn ich jetzt hier auf Exe gehe, dann spuckt er mir zwar Werte aus, aber wir erkennen ziemlich leicht, dass da ein I hinten dran steht. Das steht für die komplexen Zahlen, und in dem Bereich bewegen wir uns nicht in der Realschule. Das heißt, so viel, wenn ein I dran steht, dann geht es nicht, dann gibt es keine Lösungen. Also wer das Ganze mit dem Taschenrechner löst, muss dann erkennen, dass ein I hinten dran steht, und dann ist das Ganze nicht lösbar. Da das Ganze rechnerisch zu zeigen ist, müsstet ihr dann noch irgendwie die Diskriminante hinschreiben und sagen, dass die kleiner 0 ist. Und schon kommen wir zur Aufgabe 1,5. Unter den Parallelogrammen gibt es Rauten. Nun, da ist die Frage, also wir sollen jetzt eben die x-Koordinaten von A3 und A4 berechnen, wo es eben dann Rauten sind. Überlegen wir uns, was der Unterschied von einem Parallelogramm zu einer Raute ist. Unterschied ist, dass alle Seiten gleich lang sind. Über welche Seiten wissen wir denn bisher was Bescheid? Wir wissen ja eigentlich nur von A1, AN, BN die Seite. Was wissen wir noch? Eigentlich nichts. Wir haben sonst keine andere Seite. Deswegen könnte man jetzt hier sagen, wir nehmen einfach ANDN, das muss noch gleich sein, oder BNCN, das muss genauso groß sein wie diese. Und wenn man da in die Lösung schaut oder zum Teilergebnis steht ja auch genau das dran, dass man BNCN berechnen soll. Also Voraussetzung hier, die Seiten sollen gleich lang sein, weil in der Raute alle vier Seiten gleich lang sind. In diesem Parallelogramm ist es das nicht. Also wenn ich beide Seiten gleich habe, dann wird es eine Raute ergeben. Die große Schwierigkeit und die Aufgabe ist wirklich schwer, ist jetzt diese Strecke BNCN zu berechnen. Um eine Streckenlänge zu berechnen, bräuchten wir in der Form der Sammlung Seite 42. Das ist ein bisschen fies, weil da steht nicht Länge einer Strecke im Inhaltsverzeichnis hinten, sondern Länge eines Vektors. Aber das ist gleichbedeutend mit Länge einer Strecke. Da muss man nämlich Wurzel aus XB minus XA zum Quadrat plus YB minus YA in Klammern zum Quadrat berechnen, um die Streckenlänge rauszufinden. Dazu bräuchten wir aber erst einmal die Koordinaten von C. C, das wissen wir ja, ist der X-Wert von B plus 2. Und dann das Ganze auf der Geraden, nur nicht mit dem X-Wert, sondern mit X plus 2. Das heißt, wir können die Koordinaten von CN berechnen. Einfach statt X, X plus 2, weil es ja 2 größer ist, auch hier einsetzen. Und dann habe ich die Koordinaten von CN. Jetzt kann ich die Länge der Strecke, so wie es auf Formelsammlung Seite 42 steht, berechnen. BN, CN ist X plus 2 minus X. Jetzt habe ich es, äh doch, X plus 2 minus X. Also die X-Koordinate von CN minus die X-Koordinate von BN. Da bleibt dann gerade 2 übrig und das zum Quadrat. Dann noch die XY-Koordinate von CN minus 0,1X minus 2,2 minus 0,1X plus 2. Und dann steht dann hier noch 0,2 zum Quadrat. Wem das zu schnell ging, einfach nochmal die Formelsammlung anschauen. Ich habe quasi einfach nur diesen Term minus diesen und diesen minus diesen gerechnet. Und dann bleibt genau das übrig und ich kann meine Streckenlänge BN, CN in Abhängigkeit berechnen, die immer 2,01 ist, egal welches X, weil sich das genau wieder raushebt. So, dieser Punkt ist schwierig zu holen, der nächste aber wieder relativ leicht. Deswegen hier notfalls einfach mit dem Teilergebnis rechnen. Ich habe ja gesagt, Raute ist es dann, wenn beide Strecken gleich lang sind. Also nehme ich die Strecke und setze gleich 2,01. Vorsicht, dass ich jetzt hier auch wieder die Strecke erwische. Nicht den Flächeninhalt und auch nicht die Parabegleichung. Und jetzt bringe ich wieder die 2,01 auf die andere Seite und löse das Ganze mit der Mitternacht. In dem Fall kann ich das Ganze aber auch natürlich wieder mit dem Taschenrechner berechnen. Also ich gebe beim Second Function Tool Poly 2 die drei Werte für A, B und C ein. Das waren hier minus 0,2, 5, 0,6 und 3,74. Gehe auf Second Function Exe und ich erhalte meine beiden Werte minus 2,85 gerundet und 5,25, so wie es hier dran steht. Ich sehe gerade, hier ist ein Fehler bei mir. Und hokus pokus haben wir den Fehler wieder verbessert. Also das sind meine beiden Werte X1 und X2. Hier gibt Math Poly natürlich einen guten Wert ab. Hier oben muss man ein bisschen aufpassen, dass es eben keine Lösung gibt, dass man da, weil rechnerisch dran steht, auch eine Rechnung hat. Hier kann man das Ganze eben dann auch hinschreiben. Man soll es ja nur die X-Werte von A berechnen für ein A3 und A4. A1 und A2 hatten wir ja schon. Aufgabe 1,6 ist nochmal eine Begründenaufgabe. Zeigen Sie, oder begründen Sie, dass es unter den Parallelogrammen kein Rechteck gibt. Nun, wann gibt es ein Rechteck, wenn hier ein rechter Winkel drin ist? Es gibt jetzt zwei Wege, das zu begründen. Ich nehme mal den, der für mich am leichtesten ist. Wenn hier ein rechter Winkel entsteht, dann muss doch dieser Punkt hier nach oben rutschen und zwar auf dieselbe Höhe von B1. Das kann aber nicht sein, weil ja C1 auf der Geraden liegen soll. Diese Gerade ist fallend, hat eine Steigung, nämlich minus 0,1. Deswegen kann der Punkt C1 nie auf der Höhe von B1 liegen. Ich habe das mal so begründet. Die Gerade A in Bn verläuft parallel zur Y-Achse, also diese hier. Und da die Steigung der Geraden BnCn gleich minus 0,1 ist, kann die Gerade nie senkrecht zu AB verlaufen. Und dementsprechend der Punkt C nie so stehen, dass es ein Rechteck gibt. Man hätte es auch noch anders begründen können in meinen Augen. Man hätte sagen können, BnCn, wenn es rechteckig sein soll, so muss es genau zwei Längeneinheiten groß sein. Also zwei. Da es aber immer 2,01 ist, wie wir ja schon berechnet haben, kann das eben kein Rechteck ergeben. Das war es von meiner Seite.